Hi und schön, dass du eingeschaltet hast. Du interessierst dich für eine Photovoltaikanlage? Dann ist dieses Video jetzt hochinteressant für dich, denn es gibt eine neue Förderung für Menschen, die in einem Eigenheim leben und eine Photovoltaikanlage installieren möchten. Was genau da nötig ist, das erfährst du jetzt in diesem Video. Fakt ist, es gibt bis zu 10.200 Euro Förderung. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnefrei Haus und das schauen wir uns jetzt mal direkt an. Also, wenn du eine Photovoltaikanlage anschaffen möchtest und gerade vor der Entscheidung stehst, dann ist dieses Video jetzt deshalb so interessant für dich, weil du jetzt ab dem 26. September 2023 eine Förderung beantragen kannst unter bestimmten Bedingungen. Ich zeige dir gleich genau, welche das sind. Da gehe ich Schritt für Schritt mit dir durch, um dann maximal 10.200 Euro Zuschuss zu bekommen. Und das ist echt richtig viel, denn wenn du dir überlegst, du hast ein faires Angebot, kriegst 10.200 Euro Förderung für dein Angebot, dann ist die Frage der Amortisation schon mal ziemlich deutlich geklärt. Auf jeden Fall rückt diese deutlich näher. Und warum wird das Ganze ins Leben gerufen? Man möchte ganz explizit die Elektromobilität fördern und zwar, dass die Elektroautos mit dem Strom von der eigenen Photovoltaikanlage dann auch geladen werden. Und das soll jetzt mit diesem Förderpaket unterstützt werden. Inwiefern andere Förderpakete da vielleicht auch sinnvoll wären, sind gerade, weil es jetzt ja um das neue Heizungsgesetz auch viel geht. Das sei mal außen vor gelassen. Fakt ist, diese Förderung gibt es jetzt. Und ich zeige dir jetzt einmal auf der Seite der KfW, wie hoch die Förderung ausfallen kann und wovon das dann auch abhängig ist, wie hoch sie ausfällt. Und vor allen Dingen, wer gefördert wird. Und ich hoffe, du bist auch dabei und kannst davon profitieren. Schauen wir mal drauf. So, kommst du jetzt auf die Seite der KfW, fällt sofort auf Solarstrom für Elektroautos. Darum geht es. Elektromobilität soll hier gefördert werden und deshalb auch dann hier die Ladestation, Photovoltaikanlage und Solarstromspeicher zusammen. Wir können hier gleich gerne einmal den Check machen, was nötig ist, um das Ganze zu bekommen. Ich möchte jetzt einmal kurz darauf eingehen, in welcher Höhe wird gefördert. Maximal 10.200 Euro ist super attraktiv, kriegt aber halt auch nicht jeder. Und ich möchte dir zeigen, was da die Bedingungen sind. Fakt ist auf jeden Fall, du brauchst die Ladestation, Photovoltaikanlage und Solarstromspeicher in einem. Und das muss ein Eigenheim sein in Deutschland. Näheres dazu gleich nochmal. Jetzt einmal zu den Konditionen, die sind hier unten aufgeführt. Zuschuss, Höhe und Auszahlung. Also das Ganze setzt sich zusammen aus diesen drei Komponenten. Einmal der Ladestation, die wird mit 600 Euro pauschal gefördert. Und wenn du eine Ladestation, die bidirektional laden kann, anschaffen möchtest, dann wird es mit 1200 Euro gefördert. Diese bidirektionalen Ladestationen sind aber noch sehr teuer. Überleg dir also gut, ob das da an der Stelle schon Sinn macht. Vor allen Dingen, weil es ja auch gesetzlich noch nicht so weit ausgebaut ist, dass du es auch wirklich sinnvoll nutzen kannst. Das ist aber jetzt meine Meinung. Du kannst es natürlich gerne entscheiden und da schon dich darauf voreinstellen, dass das in Zukunft hoffentlich dann auch kommen wird. Dann die Photovoltaikanlage. Hier wird 600 Euro pro Kilowatt Peak gefördert. Heißt, bei einer Anlagengröße mit 10 Kilowatt Peak bekommst du 6000 Euro. Und das ist auch die Maximalhöhe. Mehr wird nicht gefördert. Natürlich kannst du deine Anlage größer bauen, aber du erhältst dann trotzdem nur maximal 6000 Euro an Förderung. Überleg dir gut bei der Anlagengröße, wie groß du das Ganze dimensionierst. Gerade wenn du ein Elektroauto noch laden möchtest und vielleicht sogar elektrisch heizt, dann brauchst du unter Umständen sogar mehr als 10 Kilowatt Peak. Falls das aufs Dach passt, überleg also gut, ob du im Rahmen dieser Förderung da eventuell noch mehr Solarmodule installieren könntest. Dann gibt es den Solarstromspeicher und da gibt es pro Kilowattstunde 250 Euro, maximal 3000 Euro. Du merkst, auch da ist die Größe limitiert. Du kannst jetzt nicht unendlich groß deinen Speicher bauen und kriegst für jede Kilowattstunde da die Förderung, sondern 250 Euro pro Kilowattstunden, also maximal 12 Kilowattstunden werden hier gefördert. Und maximal kommst du so aber auf eine Förderungssumme von 10.200 Euro. Und das ist echt interessant, gerade wenn du ein faires Angebot hast, dann hast du 10.200 Euro weniger an Anschaffungskosten. Dadurch amortisiert sich die Anlage schneller. Viele denken darüber nachspeicher. Ja, nein. Auch da ist die Frage dann bei der Förderung eventuell sogar dann ad acta zu legen. Das hat sich damit sozusagen schnell beantwortet, weil diese Förderung macht es sehr attraktiv. Achtung, ab dem 26.09. kannst du es beantragen, was da die Bedingungen sind. Das schauen wir uns jetzt mal an. Und übrigens, wenn du Eigenheimbesitzer bist, unsicher bist, ob sich eine PV-Anlage überhaupt lohnt aufgrund von Dachausrichtung, Verstattung etc., dann lad dir gerne meine 0 Euro PV-Checkliste hier unten unter dem Video runter. Prüfe das, bevor du dann weiter in die Planung gehst. Jetzt aber weiter hier zu dieser Förderung und wer diese eigentlich erhalten kann. Dafür gehen wir einmal kurz hier oben in diesen Vorab-Check. Den kannst du schnell ausfüllen und siehst dann relativ schnell, ob du förderberechtigt bist oder nicht. So, und da sind ein paar Fragen und ich habe das jetzt schon mal ausgefüllt. Bei der ersten Frage geht es darum, ob du Eigentümer einer Immobilie bist. Also das musst du sein, damit du diese Förderung in Anspruch nehmen kannst. Deswegen auch unbedingt dann Ja anklicken. Wenn du da Nein anklickst, bist du schon raus. Die Immobilie muss sich in Deutschland befinden. Dann ist die Frage, ob das ein Erstwohnsitz ist und auch hier solltest du mit Ja zustimmen, damit du die Förderung bekommen kannst. Und es geht darum, ob du ein Elektroauto hast oder dieses Least. Also du brauchst das Elektroauto, um diese Förderung zu haben, denn es ist ja ein Solarpaket für die Elektromobilität. Und da dementsprechend müsste dann auch ein Ja gesetzt sein. Dann geht es um den Anschluss der Photovoltaikanlage, die Ladestation und den Stromspeicher, alles zusammen. Soll das gleichzeitig umgesetzt werden. Da auch Ja anklicken. Denn wenn du das irgendwie in ein paar Jahren Abstand machen möchtest, dann wird es schon wieder schwierig. Und dann ist die Frage danach, ob du diese Komponenten schon bestellt hast. Denn wenn du es schon bestellt hast, dann ist es leider auch schon wieder so, dass du nicht profitieren kannst. Das ist natürlich für diejenigen super ärgerlich, die sich jetzt gerade vor kurzem erst für eine Anlage entschieden haben und das auch unterschrieben haben. Haben vielleicht sogar auch ein Elektroauto, haben eine Photovoltaikanlage und Speicher bestellt und können jetzt nicht von dieser Förderung profitieren. Das ist dann immer super ärgerlich. Vielleicht gibt es da rückwirkend noch mal eine Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Kannst doch mal in die Kommentare schreiben, wie du das findest. Ich glaube, dass das schon für viel Frust sorgen wird und auch verständlicherweise finde ich. Das ist leider mit Förderungen oft so. Ich habe damals auch von keiner Förderung profitieren können. Kurz vorher gab es welche, kurz nachher gab es welche für den Speicher. Da beißt man leider manchmal in den sauren Apfel. Jetzt noch einmal zu den Komponenten. Die müssen nämlich fabrikneu sein. Du kannst nicht irgendwie aufgearbeitete Geräte kaufen und dann installieren lassen. Das zählt nicht. Und der Strom wird überwiegend für die eigene Elektromobilität genutzt und für den Eigenheimbedarf, um dich da zu versorgen. Das sind die Bedingungen, die du haben musst. Wenn das so ist, dann kommt hier dieses Zeichen. Herzlichen Glückwunsch und du kannst die Förderung beantragen ab dem 26. September. So, hast du jetzt für dich geprüft, dass du förderberechtigt bist, dann ist das eine super Sache. Dann warte jetzt unbedingt noch mit deinem Unterschreiben vom Angebot, bis die Förderung beantragt ist. Ich zeige dir, was du da machen musst, welche Schritte da sind. Also erstens Zuschuss beantragen. Also bevor du die Ladestation, Photovoltaikanlage, Stromspeicher, da das Angebot unterschreibst, annimmst, bitte warten. Am 26. 9. kannst du dann den Antrag hier herunterladen. Dann kannst du das einreichen. Dann erst, wenn du die Zusage für den Zuschuss bekommen hast, kannst du das ganze Projekt umsetzen. Also bestellen und die Installation beauftragen. Und dann ab März 2024 müsstest du dann die Nachweise erbringen und kannst dann den Zuschuss erhalten. Es wird sich also, wenn du jetzt zeitnah in die Umsetzung gehen möchtest, noch ein bisschen hinziehen. Aber dafür bekommst du die Förderung von 10.200 Euro. Kann sich lohnen. Prüf das genau. Es geht halt wirklich darum, dass du ein Elektroauto haben musst. Wenn du jetzt erstmal noch ein Elektroauto kaufen musst, um diese Förderung von 10.200 Euro zu bekommen und vorher nicht darüber nachgedacht hast, ein Elektroauto zu fahren oder zu besitzen, dann würde ich sagen, schau da ganz genau hin. Prüf das. Denn eine Anschaffung von einem Elektroauto kostet auch erstmal richtig was. Natürlich ist das jetzt ein Anreiz, aber deshalb extra ein Elektroauto kaufen, obwohl du gerade noch ein anderes Auto fährst, was vernünftig funktioniert etc. Das halte ich auch nicht für nachhaltig, aber auch das lässt sich diskutieren. Das ist meine Meinung. Schau unbedingt, dass du dich dadurch nicht verlocken lässt, zu Anschaffungen zu machen, die du vielleicht sonst jetzt gerade gar nicht gemacht hättest. Natürlich ist das sinnvoll für Menschen, die schon elektrisch fahren und diese Förderung da jetzt nutzen wollen, weil sie bisher noch nicht darüber nachgedacht haben, eine Photovoltaikanlage zu installieren und einen Stromspeicher. Das soll da jetzt also gefördert werden, dass das dann ein rundes Paket ist und die Sektoren da sinnvoll gekoppelt werden. Und wer da halt dann profitieren kann, für den ist das genau das Richtige. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Lass mir gerne einen Daumen und ein Abo hier. Schreib mir in die Kommentare, was du davon gehalten hast. Bei Fragen natürlich auch gerne rein. Und ansonsten schau dir gerne meinen Photovoltaik-Online-Kurs an. Wenn du eine Photovoltaikanlage anschaffen möchtest, kann dir der helfen, Wissen aufzubauen, eine fundierte Kaufentscheidung zu treffen und auch da schon wirklich bares Geld zu sparen, indem du nämlich eine vernünftige Entscheidung triffst, keine Fehler machst, die nachher am Ende richtig teuer werden oder wo du dich lange ärgerst. Mein Ziel ist es, dass du eine Anlage betreibst, mit der du langfristig zufrieden bist und ich begleite dich einmal pro Woche im Photovoltaik-Online-Video-Call. Und da treffen wir uns, sprechen über deine Fragen, über die Fragen der anderen Teilnehmer. Guck gerne rein und jetzt erstmal sonnige Grüße. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.